hallo herzlich willkommen bei bruder gehtreisen heute habe ich mich entschieden einen kurzen roadtrip ans meer nach italien zu machen und das ergebnis zeige ich euch jetzt viel spass dabei in der nacht angekommen aber man sieht das mehr schon der einzige der man trifft ist der oktopus am nächsten morgen sieht man den saunenaufgang sehr schön so 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 hier kann man sogar ein kreuzfahrtschiff sehen so so da kommt noch eine möwe und sagt guten tag hier testen sie den wasserwerfer auf dem schiff so so somit sind wir am ende des kurztriebs angekommen hoffe ihr hattet spass bei diesem kleinen aber feinen video wenn ja würde ich mich freuen auf einen daumen nach oben abonniert mich doch auf meinen sozialen medien die findet ihr auch auf meiner webseite bis bald bei bruder gehtreisen so 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 so